gerade machen wir noch und um 19 uhr wenn alles klappt wenn steam nicht dazwischen haut ich schaue mal eben nach dann infektion fieso ab 19 uhr ist noch nicht freigeschaltet er ist ab 19 uhr und dann mal schauen so wie könnte ich ja mal hier drauf bauen ich hab nichts höchstens papier könnte man noch mal herstellen ein papier das brauchen wir alle nicht wie gesagt wir brauchen nur noch für unseren bauauftrag hier wir haben alles sich bogen zu klingen brauchen wir noch dann stellen wir hier noch zwei bronze klingen her dann müssen wir unseren auftrag auch abschließen können hier so und zwar die hydrogel kern jawohl haben wir den auch können wir das am nächsten tag zur feuchtigkeit fahren bringen oder kann man das jetzt noch dahin bringe ich nee ist nach 22 uhr dann gehen ja die sind noch wach oder das geht es nicht wir gehen schlafen und gehen dann am nächsten morgen hin ja und wie gesagt ab 19 uhr wenn alles klappt spielen wir eine runde infektion free das erscheint dann heute in early access auch ein auch ein sehr interessantes spiel zu sein du kannst direkt erstmal wieder los marschieren und wasser sammeln so müssten daran denken heute wenn ich das kalender so heute wenn es täte jetzt bis 20 uhr sollten wir aber schaffen so und gucken mal in unbekannter brief hey hühnerleber hey dummarschen rate mal ich bin der fieseste mörder den es gibt und ich habe gerade deine handwerk lizenz geklaut jetzt hast du nichts besseres zu tun als mehr zeit mit deinen freunden zu verbringen denkt nicht mal daran hier hinterher zu jagen ich zerschlage deine dumme und googles und zeige dir dann wieso alle solche angst vor mir haben mörder kriminelle superheer ein handwerker der googles trägt damit muss mir gemeint sein die mieren bedroht worden ok löst geld und was haben wir denn hier also du weißt sicher dass der tag der erinnerung am 27 bevorsteht in den nächsten sieben tagen bis zum tag des festes gibt es sonderaufträge auf der auftragstafel wir brauchen jede hilfe die wir bekommen können um die dekoration vorzubereiten also wenn es nicht zu viel mühe macht ihr bitte an der auftragstafel vorbei möge das licht ich immer finden matilda ok muss man denken da gibt es im moment besondere aufträge an der auftragstafel und da man dankesbrief nochmals vielen dank für deine freundliche spende mit deiner hilfe mit deiner hilfe haben wir unser ziel erreicht hier ist deine belohnung wo zehnmal wasser das ist geil haben wir hier der taxis ach ja richtig zuckersüße zuckererbsen konnte ich das nur vergessen der name sagt ja eigentlich schon alles ich werde versuchen hier welche zu schicken wenn ich sie anbaue aber wahrscheinlich werde ich einfach welche im laden kaufen ja mutter macht das war der gartenarbeit ist wirklich nicht gut um heißhunger attacken zu befriedigen ich kann nicht vier bis sechs wochen auf erbsen warten mama ja so sind die mütter die kümmern sich immer gut um ein du hast ohne quest es mir ach jetzt ist sie weg muss sehen war das mit dem lösegeld ja heute ist das fest aber wir gehen noch schnell hier hinten hin feuchtigkeit sahen ja und werden dort die farm repartieren wer schwingen die öfte ist aber heute jetzt der feuchtigkeit haben da ist die 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 Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Oh, da war gut viel losgegeben, ne? Gut Erfahrung, so, dann haben wir das auch abgeschlossen, kann ich hier jetzt irgendwas machen, ne, 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 glaube ich nicht, so, wie 8 Uhr, 9 Uhr haben wir erst, weil ich sehe gerade, wir haben da noch ein Buch gefunden. Äh, so. Mhm. So, the W khos, das hier, komm mal eben. ok ok das lese ich nicht vor ich gehe es nur einmal durch für youtube da können die leute sich das dann in ruhe durchlesen aber wir lese ich lese das jetzt nicht durch er müsste dann auf youtube schauen wenn er das durchlesen wollte auf youtube können sie auf pause stellen oder ihr schaut euch nachher den stream im video die noch mal an und dann lest euch das dann noch mal durch ist ja eine schöne geschichte ich habe das mal so eben überflogen so plus brücke 1 noch mehr neue sachen gar nicht wirklich wir waren auch noch nicht drin kann man überhaupt ein jones haus man aber nichts machen aber so jetzt irgendwie die zeit gut klagen bis 14 uhr kann ja noch ein bisschen mit den leuten dann quatschen so erstmal zurück ja noch so ein bisschen unsere freundschaften pflegen hier so wie der da angeschlossen kam braucht der wache aber auch sicherheitsgurte so wie verkehrt ein aufträge gibt es ja auch besondere schauen wir mal eben nach da kann man da ja auch einfach machen so besondere aufträge bis jetzt sehe ich hier noch keine besonderen aufträge das wären die besonderen aufträge allgemeine aufträge aufträge blätter das sind zehn tage drei stück ist machbar abgeboten keine ahnung wo ich die herkriegt genauso bio wusste die blätter weiß sie auch noch nicht gut die herkriegt so den auftrag nehmen wir mal an den bronze sollte kein problem sein um die schläuche mehr wird immer haben wir noch irgendwas mal hier ist da und fünf tage haben wir auch noch für zeit so wenn man ein bisschen geld hat ihn das erst wie gesagt ja noch ein bisschen zeit bis 14 uhr bevor der bettel hier ganz bettel losgeht habe ich noch nie gemacht werde ich wahrscheinlich voll verkacken so habe ich glaube ich in der kiste aber holt er die sache nicht normal aus der kiste auch aus eigentlich sicher dass ihr auch die sachen aus der kiste raus holen ich muss doch irgendwas für aufträge erstellt 5 kann ich nur ich muss doch so er dauert vier minuten ich nur irgendwie spot dabei noch drei minuten schon mal hingehen zum tanzbettel ach ja genau mit mir müssen wir ja auch noch sprechen das können wir eigentlich auch noch feuer machen ich glaube ich bin nicht verkehrt hier bin ich auch verkehrt war diese stadt die ist so verbaut das kommt ja lauze kirche warte beten ich bin Ah, klar, machen wir. Ich wusste, dass ich auf dich wäre. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Okay. Die Musik ist cool. So, jetzt nehmen wir mal die Abkürzung hier. Ich bin da gerade reingegangen, oder wo seid ihr? Wollt ihr mich verkröhe? Achso, umfragen. Ah, okay, ich verstehe. Ich muss mit mehreren Leuten sprechen, so. Hallo, Ohn. Hallo, Jasmin. Hallo, Jasmin. Oh, mir geht's ganz gut, danke. Oh, Peach! Eine kriminelle Mastermind? Das klingt wie eines meiner Mysteriebücher. Cool! Ich meine... Oh nein! Aber ich habe diese Lettere nicht gegeben. Ich erinnere immer, die Adresse auf die Lettere perfekt. Also, ich nehme nie eine Lettere auf die falsche Haus. Eine schlechte Person muss die Lettere selbst selbst haben. Wow, ich war in Gefahr. Oh, Tanzbitteln in einer Minute. Dann wollen wir mal. Ich komme jetzt sowieso alle nach hier, ne? Ja, ich muss sparen. Ich muss erst ein bisschen Kohle verdienen. Ich muss erst ein bisschen Kohle verdienen. Wo ist denn? Ich muss auch noch kommen. Hehehehe. Oh, oh. Oh, ah. Oh. Oh, das war ja, ich muss jetzt wieder ein bisschen coverieren. Oh, oh. Das war jetzt eine kleine Weile auf demes Mal. Oh, oh. jetzt muss ich hier auf die bühne gehen oder was ich weiß nicht was ich machen muss oder kein nur zu gucken normal müsste eigentlich so mini game passieren oder nee kann auch hier kein zum bett an bettel aufhören also ersten habe ich ja gespendet das habe ich ja bis auf 100 prozent hochgebracht jeder der essen spendet kann am benster tanzbettel einnehmen bürgermeisterin ist auch nicht da jetzt gehe ich mal hier auf die bühne vielleicht etwas machen da kommen die nächsten bei ok was sind nur zwei wie gesagt normalerweise müsste jetzt hier so mini spiel starten so guck da ist die dritte vielleicht bin ich auch jetzt am sonntag dran so wir gucken jetzt noch mal hier irgendwo was drin steht so das ist ja heute morgens ist montag ist auch noch mal bands bettel aber muss ich hier an der kasse vielleicht ein ticket kaufen oder so dass ich mitmachen kann aber hier gibt es nur klamotten ghetto blaster das ist alles für aus und an die sachen so spüre den rhythmus wenn das spiel beginnt leiten die namen der tasten von links über dem bildschirm drücke diese tasten im takt der musik hinweist einige tasten kannst du einfach nur drücken andere musst du gedrückt halten ja super wenn die taste den kreis in der mitte des bildschirms erreicht ist das ist das der perfekte zeitpunkt sie zu drücken wenn du jetzt züge hintereinander machst bekommst du eine kombo große kombos geben riesige bonuspunkte kurze tasten muss nur einmal gedrückt werden lange tasten müssen von anfang bis ende gedrückt gedrückt gehalten werden ok erziele mehr punkte mit einem guten rhythmus und großen kombos die person mit den meisten punkten gewinnt platziere dich höher im wettbewerb bessere belohnung zu erhalten ok erstmal einfach ist ja nur zu bist muss aber auch genau in der mitte seine weiter reagieren die testen hier wie gar nicht ob wir auf den pfeiltasten rum aber und da ist ja doof immer noch auf dem ersten platz wie ich das geschafft habe keine ahnung ja ja das habe ich mir gedacht dass du schreibst ausreden wenn der bauer nicht an der badehose alter möchte ich gar nicht wissen wie das hier auf normal abgeht immer zu früh falsche taste wieder falsche teil ich bin zu blöd dafür ab 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 ja diesmal habe ich verkackt einen dritten platz gemacht aber egal dann haben wir das ganze noch mal probieren wir das ganz schwer da wird alles schon zu ende hier okay dann müssen wir am nächsten tag noch mal wieder kommen wo wir mal einen kalender gucken hier hatte nee kalender dann geht das los wieder von 14 bis 20 uhr okay wir müssen hier noch mit zwei leuten sprechen uber bleibt stehen was letter i never saw anything like that maybe it's just a prank forget about killer ha that's nonsense ransom letter why of all the cotton pickin nonsense ain't no criminal mastermind killer e that's the stupidest name i ever heard just one of them kids let their imagination run away with itself that's all i ain't heard nothing about no ransom letter and even if i did i didn't quit asking get that letter out of my face don't try to make me read was not necessarily the four-sided figure we've all come to know and love so on and so forth etc etc das ist ja auch noch eine question okay aber wie gesagt nicht so viel auf einmal die laufen ja auch ab dann oh greetings greetings looking kind of thirsty need some water a ransom note theft of a legal document a new super criminal setting their sights on sandrock citizens forgive me this is a lot to take in i haven't seen any suspicious activity and i'm usually pretty vigilant as i think everyone knows then again this morning i ran into cooper who had a long anecdote to regale a very 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 long anecdote well i won't let it happen again you have my word i will have my eyes all over sandrock and i won't so much as blink until we find this criminal noch eine sackgasse die spur scheint verloren gegangen zu sein vielleicht ist es besser darauf zu warten dass die ziviltruppe ihre untersuchung abschließt und in unge expannte ihr gut sie 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.